Oh, ich bin Fliss. Wo ist Brad? Ja. Hier ist von irgendeinem Geschütz eine Patronenhülse. Wirklich? Hast du dort was, oder? Nee, da hat man festgestellt, dass Löcher in dem Beiboot sind. Dass wir das auch nicht zur Flucht benutzen können. Hä? Besonders für einen Kamerawechsel? Ja, ich hab mich auch gerade gerundet. Geht's darauf? Leider nein, aber ich habe meine Augen offen. Boah. Hey, wie wär's mit etwas Hilfe? Ich glaub, da geht's nach oben. Hilf mir hoch. Ich zieh dich hoch. Ich zieh dich hoch. Okay. Da unten stand noch jemand, da war noch ein Kopf. Brad wahrscheinlich. Nee, weiter hinten. Vielleicht wieder der Kurator. Ich mein, der beobachtet das ja alles. Leute, ich werd überhaupt nicht schlafen können. Ich muss mich wirklich heute betrinken. Warum? Mit Havana-Cola. Ich sag's euch. Das wird heute mein Getränk. Nee, da geht's nicht weiter. Nee, da geht's nicht weiter. Also wir haben auch noch Havana da. Bei allem, was ich sehe, werde ich hinterfragen, ob das echt ist. Nein, du warst ne Matrosin, Oma. Du warst nicht Fliss. Jetzt wär ich doch nicht weggeran. Ich bin sehr froh, dass ich die Oma nicht gesehen hab. Die war eklig. Du warst erst echt heiß und dann... ...bist du sehr schnell gealtert. Ja, Brad. Schnell vorbei. Wie du grad neben mir aufgetaucht bist. Okay. So kurz einen Schluck trinken. Ich muss mal schnell ne Nachricht schreiben. Okay, dann warte ich, bevor ich in den Raum geh. Also mein Internet ist rot-dunkel-orange. 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 So. Okay. Hier ist ne Leiche. Hier oben dürften wir ja eigentlich keine Wahnvorstellungen kriegen, oder? Die waren ja noch unten im... Oh, hier liegt ein Buch oder irgendwas? Hier liegt das Logbuch. Oh, ich hab ein Bild gefunden. Okay. Okay. Was sagt uns das Bild? Äh... Einer von den Angreifern erschießt sich. Aber die Frage ist... Tickende Zeitbombe. War das wirklich einer der Entführer, oder...? Also, der hat den Tanktop an und Bandana um, glaube ich. Ja, das war doch dieser Junior, oder? Ich weiß nicht, wie die heißen, ehrlich gesagt. Ja, das eine war Danny. Das ist der, der, wo ich gesagt hab, nee, wo ich den nicht umgezogen habe. Der so asiatisch aussah, oder? Genau, das ist der Danny. Dann gibt's den Olsen, das ist der ganz Böse mit dem fiesen Auge. Und dann gibt's diesen... Diesen anderen. Und das ist Junior. Ich bin nicht sicher, wie unsere Überlebenschancen zurzeit stehen. Warte mal, ich glaub, hier geht's weiter, oder? Wir müssen erst dort die eine Tür aufmachen. Im Logbuch stand irgendwas von Gewitter und... Also, hier ist eine Tür. Also, wo Brad steht, ist eine Tür. Hier, bei mir auch. Warte, ich will mir das Bild nur nochmal angucken. Hier so, wo ich bin. In dem Raum, wo wir reingekommen sind. Bis ans Ende des Raumes und dann links. Da, wo ich stehe. Die Frage ist halt, ob wir hier vorn durch die Tür müssen, oder ob wir erstmal hier hinter weitergehen sollen. Ja, das ist dieser Junior. Der hat sich selbst erschossen. Okay. Kann er ja machen. Also, wie gesagt... Was sagst du? Erst die Tür versuchen, oder erst hier hinten weitergehen? Bei mir vorne ist auch noch eine Tür gewesen. Lass uns mal hier durchgehen. Aber hier ist sie. Die chillt halt hier hinten. Was ist denn mit der Frau? Oh, hier ist auch noch... Ich weiß nicht, ich will halt auch nichts... Ich will nichts verpassen. Hier ist noch ein Bild. Hallo? Kann ich dich jetzt... Jetzt... Ah. Das sind... Navigationspunkte. Hier hinten leuchtet was grün. Ist das das Funkgerät? Wahrscheinlich. Ist auch komisches Geräusch. Das klingt nach... Jo. Hier ist Funkgerät. Okay, warte. Hier vorne liegt noch ein Brief. Oh, mein Gott. Herr Schraubwalzer SOS setzen wollte. Ähm... Funkausfall SOS per Morse-Code versuchten. Sie verloren die Orientierung. Viele der Crew tot. Sind vom Kurs abgekommen, hat ein schlechtes Wetter. Hey! Hier! Ja. Nicht zu fassen! Das Ding funktioniert echt noch! In welche Richtung? Wir müssen hier probieren. Was? Kursaktuell. Das Ding funktioniert. Ah. 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 Wenigstens hört uns jemand. Aber das Signal reißt immer ab. Falls mich jemand hört, wir sind auf einem alten Frachter. 12 Grad, 30 Minuten Süd. 1, 5, 1 Grad und 20 Minuten West. Over. Wiederholen. Wiederholen. Over. Danke, Sir. Äh, ein großer Frachter? Sehr alt, verlassen. Over. Komm, over. Bitte kommen, bitte, ist da wer? Komm, over. Verdammt, komm schon! Hey, seht mal hier! Was da? Sagen das jetzt alle? Ja, hey, sieh mal hier. Das muss irgendwo hinführen. Vielleicht können wir den Strom wieder anschalten. Wir brauchen Strom für das Funkgerät. Sollte einer hierbleiben, falls uns jemand anfunken will? Ich gehe. Natürlich. Ich schaffe es. Klar geht er, natürlich. Ich sollte runtergehen. Hey, kleiner Bro. Was gibt's? Ich glaube, ich sollte dich befördern. Wie klingt Medium, Bro? Was soll denn? Wovon redest du? Du hast dich bewiesen. Und das voll in der Schusslinie. Der Vergleich hinkt mächtig. Nicht, wenn die Metapher der Knaller ist. Ich bin beeindruckt. Ehrlich. Und was meinst du? Wie der schwitzt. Wenn du dir sicher bist, ich glaube, du packst das. Oh, wieso muss ich immer machen? So, sie schickt mich nochmal vor. Oh, du bist doch gerade Fliss. Na, als ob die hier oben bleibt. Und gleich kriegen wir den Wechsel und sind... Wir sind sowieso die, die unten sind. Sind wir jetzt tot? Weiß ich nicht, aber wir konnten ja jetzt gar nichts anderes machen. Die wollten ja da reinklettern. Der müsste sich mindestens die Beine gebrochen haben. Okay, ich bin Brad. Ich bin Maria. Kann mit Brad vorher nicht auch irgendwas mit sterben? Der wurde erstochen in meiner Vision. Alles noch heim? Das ist ja wahrscheinlich... Ist das schon durch? Sind alle okay? Also das Messer, was ich mit Brad... Äh, mit Dings oben eingesammelt hab, hab ich nie genutzt. Was ich mit Alex gesammelt hab. Uns geht's gut. Was machen wir jetzt? Wir müssen rausfinden, wo wir sind. Okay. Wir warten hier beim Funkgerät. Klar. Feuerzeug. So einfach brutlos fallen lassen, so. Na klar, wenn hier Gift in der Luft liegt, könnte das ja voll alles explodieren, wenn wir Feuer machen. Also wenn so Gas in der Luft ist. Klar, da steht natürlich auch überall so eine Gaslampe rum. Klar, Ivi. Ganz natürlich. Nach dir. Nach dir, hat sie gesagt. Vor allem, warum sollten auf dem Schiff noch Gaslampen sein, wenn die schon Elektrizität auf dem Schiff haben? Das macht überhaupt keinen... Das ist wohl der untere Bereich des Schiffs. Naja, aber bei Stromausfall. Ja, aber die haben doch Taschen... Wie darf es nicht? Die haben doch keine Taschenlampen. Glaube ich auch nicht. Hier ist kein... Die haben ja auch Kerzen. Hier ist kein Gas. Hier ist eine Tür. Oh, hier ist ein Tresor. Aber der ist offen. Oha! Warte mal, ist das die Gefängniszelle? Nee, nicht. Wo ich hier am Anfang drin war, war hier nämlich noch eine Tür. Und Streiterei. Ja. Äh, warte mal. Hier steht die Info vom Betrunkenen. Bericht des Schiffarztes. Protokoll des Treffens zwischen Wissenschaftler X, CWO Walter Bishop und CWO Tom Palmer mit Sargents Peter Wood und Beisitzer und P... irgendwas. Äh, X für das... Also das ist so abgebrochen immer. X für das Treffen mit unserem Team. Es gäbe viel, dass man voneinander lernen. Punkt, Punkt, Punkt. Stimmt dem zu. Die westliche Welt müsse vor dem übelen Punkt, Punkt, Punkt. Und dann, Punkt, Punkt, Punkt. Die USA seien darüber informiert, dass gewisse Stellen den Punkt, 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 von chemischen und biologischen Substanzen in der Kriegsführung erforschten. Punkt, 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 unsere Aktivitäten. Punkt, Punkt, Punkt. Durch das Genfer Protokoll eingeschränkt. Punkt, Punkt, Punkt. Hätten Punkt, Punkt, Experimente. Punkt, Punkt, Punkt. Unmöglich. Okay. Also es ist eine Kriegswaffe gewesen. Ja. Oder sollte es werden. Wir sind in dieses Gewitter gekommen, das Schiff ist vom Kurs abgekommen und alle sind wahnsinnig geworden und haben sich gegenseitig wahrscheinlich umgebracht. Oder sind halt vor Angst. Ja, aber da steht nur wieder die Verbrechen drauf von den beiden. Okay. Ja, genau. Dann ist das die Gefängnis. Warte mal, ich kann hier rein. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt quasi zur Krankenstation. Ja. Warte mal, wo bist du noch hergekommen? Warte mal, da müsste das hier... Mein Spiel hat gerade kurz gehangen. Oh, hier ist Gas, hier ist Gas. Das ist nicht gut. Hier ist Gas. Ja, siehst du am Boden. Ja, hier ist das Krankenzimmer, wo ich war. Genau, hier ist das Kinderfoto. Oh, verdammt. Genau, das ist der Dude aus dem Schrank. Ja, an Papa. Komm bald zurück. Jetzt schließt sich der Kreis. Ja, aber die Schranktür ist zu. Wo wir am Anfang hier waren, war die offen. Hier steht Krankengeschiste. Geschichte? Geschichte. Krankengeschiste. Diagnose schwache Neurose, Untauglichkeit. Ist nicht auf Fehlverhalten zurückzuführen und trat im Dienst auf Bestand vor Rekrutierung. Ne? Ne, war das schlicht, ist falsch. Egal. Ich hatte Patterson heute zu mir bestellt, da ich glaube, dass seine Panik von eindringlichen und verstörenden Erinnerungen begleitet wird. Bisher konnte er seinen Dienst fortsetzen, da seine Symptome nach Beerdigung seiner Wachschicht stets nachließen. Nach Beendigung, nicht Beerdigung, Entschuldigung. Er gibt an, solche Symptome für ihn sehr gewohnt sein. Der war wahrscheinlich... Klare Fall von PTBS. Medizinische Akte von Private Patterson. Der hatte PTBS. Und dazu noch die Gase. Deswegen ist der vor Angst gestorben. Und was ist das hier? Da geht's wahrscheinlich weiter. Komm nicht durch die Tür. Jetzt. Wir müssen da lang. Ähm. Hallo, du saßt hier rein. Sag mal. So. Hier, sieh dir das an. Schau. Da unten. Was ist da? Der Maschinenraum. Hier muss ein Generator sein, stimmt's? Oh, wir können den Generator reparieren, Susi. Unser Fachgebiet. Easy, mach mal immer. Geh mal hin. Hier fehlt ein Stück Leiter. Ich glaube, ich kann... Halt! Au. Bist du okay? Ja. Alles gut. Komm runter. Sie wird voll besprungen. Oh Gott. Was ist? Was ist das? Es war... Ich mich erschreckt. Ich auch. Hast du nichts gesehen? Ähm. Hallo? Okay, okay. Ähm. Okay. Hast du aber was gesehen? Weil ich hab nur was gehört. Ich hab was gesehen. Okay, ich hab nur was gehört. Das kommt von dem... Nebel. Warum sollte der Dunst verrückt machen? Der Nebel... ...macht uns völlig irre. Vielleicht ist das schon mal passiert. Ich hab richtig schwitzige Finger. Geht. Ob das irgendwie mit dem Flugzeugwacht da unten zusammenhängt? Ich mein... Das kann natürlich sein. Gab es einen Kontakt? Immerhin ne Theorie. Oh Gott. Okay. Lasst uns gehen. Okay. Okay. Okay, Brad weiß, dass er Dinge sieht, die er eigentlich nicht sehen sollte. Das ist ja schon mal viel wert. Mhm. Okay. Van Linden, Ingenburg. Als schon in der Lande. Oh, wie das Gras hier. Wann sie wohl herausfindet, dass ihr Bruder tot ist? Ah, die sieht den bestimmt dann irgendwo... Der ist ja irgendein Schach drunter geflogen. Ja. Die sind voll kaputte Rohre. Ich weiß nicht, ob wir das... repariert kriegen. Keine Ahnung. Irgendwas rödelt hier. Hey, hey, hier ist der! Oh, Gott sei Dank. Und er läuft noch! Ja, hier ist er. Okay. Leg den Schalter um und dann nichts wie weg. Ich hab Angst. Ich auch. Der wird sterben, oder? Okay. Gehen wir wieder hoch. Als ob. Schlecht. Wir brauchen Hilfe! Schnell! Das sind diese Dinger, die uns angreifen wollen! Over! Rätungsteam ist unterwegs zu ihrer Position! Over! Und wieder aus. Scheiße! Komm schon! Okay, wir wissen... Weißt du, am Ende sind das... Am Ende sind das unsere Entführer, die das gefakt haben. Ich traue niemandem. Ich glaub das nicht. Unsere Entführer sind alle gerade irgendwo auch auf dem Schiff eingesperrt. Die sehen ja auch... Die haben ja auch Hallos. Ich glaub nicht, dass die gerade noch in der Lage sind, hier irgendwas zu faken. Okay, wir sind da durch. Hier! Schau doch mal! Oh, hey! Als ob hier so eine... Hä? Na gut, das kann sein. Ob es noch funktioniert? Scheint noch Luft zu haben. Vielleicht ein paar Minuten? Nehmen wir es mit? Ich meine, es ist schwer. Ich weiß nicht, bringt uns das was? Aber sie war ja am Ende irgendwo im Wasser, oder? Nee, das war ja schon. Ach, im Walders! Halbeschild hat geflutet! Ja. Sie kennt sich ja aus. Und vielleicht können wir da mit jemandem verprügeln. Nein. Okay, er hat ihn jetzt umgebracht. Da liegt das Ding. Ja. Ah, das Ding darf nicht kaputt gehen, da müssen wir aufpassen. Richtig. Wir hatten die Vorhersehung, dass das Ding kaputt geht. Okay, also der Dude ist richtig krank. Am durchgedreht. Wobei andererseits, Hilfe ist er angeblich auch unterwegs. Der sieht ihn sich bewegen, oder? Steht halt genau an dem Gas. Oh, oh. Oh, S? Äh, warte. Ich hab nichts verkackt. Ich auch nicht. Wir haben ja fast kurz auf die Tastatur umgeschaltet und ich denke, so brav, wieso es ist russisch. Nee, der weiß auch nicht, was wir wissen. Und der hat Danny wahrscheinlich als irgendwas anderes gesehen und hat ihn deswegen umgebracht. Nimmst du das Ding vom Tisch? Ja, wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Ist es nicht hier auf dem, hier vorne auf dem Tisch? Warte, da leuchtet was, wir hängen uns gerade irgendwie gegen, warte, hier liegt das. Da liegt, kann ich da sein, Memorandum. Warum? Streng geheim. Die zuvor liefern Sergis eine Sonderfracht muss missbehandelt werden. Es hat sich hierbei um menschliche Leichen, die vom Feind misshandelt worden sind. Schatz, woher kommt das Ding? Oh nein, was ist das Ding? Äh, äh. Oh, der hat den Verlobungsring, wow. Toll! Ich dachte, der hat was Wichtigeres. Oh Gott sei Dank. Ja, wow. Hauptsache, die sind der da. Scheiße. Nicht die Scheiß-Beteilung. Backtime-Events, Musi. Warum gehen die denn jetzt? Nehmen die den Taucherrucksack mit? Warum trägt sie vor allem nicht den Rucksack? Oh oh, müssen wir wieder atmen? Wahrscheinlich. Oh, der hat das Ding in der Hand. Ich werde euch finden, ihr kleinen Scheißer. Wo ist das Problem, all das Gott zu teilen, ne? Es muss noch wohl genug für alle da sein. Mehr als genug. Wir hängen hier zusammen hin, oder? Aber wir wollen mich abrufen. Aber wenn wir jetzt mehr drücken müssen, die A sind wir am Arsch. Ja. Ach die A. Ach du Scheiße, kommt das schnell. Das ganze Gold kriegt. Lasst ihr mich lieber hier. Krippieren. Aber ich bin der Käpt'n. Ich hab das Sacken. Und ich entscheide, wer wieder geht. Und wer bleibt. Ah. Wer setzt uns im Nacken? Red noch lauter. Wir sind ein Fluchtplan. Äh. Äh. Wir können noch nicht weg. Wir müssen warten. Auf unsere Chance. Rennen oder verstecken? Ich hab mich für verstecken entschieden. Okay. Wer hat gefailt? Du. Aber ich hab's getritten. Ohne Scheiß. Lock ich jetzt. Ja. Ist alles gut. Es hilft uns. Wir haben Vorsprung. Es hat uns gehettet. Aber der hat das Teil. Doch. Oder? Nicht gedrückt. Alles gut. Und ich hab's. Hass. Vielen Dank.